immer hier die gleiche ecke die gleiche was so die gleiche ecke kracht alles zusammen bei fraps bei mir ist es auch immer die gleiche ecke da hinten beim kreisverkehr leckt immer alles so gehen wir mal kurz diese kiste 35 glasblöcke 39 hat mir nicht mehr die anderen die habe ich für die scheiden draußen gebraucht welche schreib ich habe ich ausgebot so dann wenn du nett bist weiß bescheid wenn nichts was du nicht glasblöcke brauche ich dann müssen wir mal ach du willst jetzt du machst jetzt oben ja 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 du musst daraus glas scheiben machen das passt halt nicht mehr die frau wo bist denn du unten drin wieder wird nämlich knapp mit ein an mit anderthalb stecks das würde ich vorhaben ziehen wir die glasblöcke oh ja noch ja 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 na ja geht nur so sitzt die nacht durcharbeiten oder nicht ich mache jetzt ein wenig durch ja ich wollte nur fragen wenn es okay ist dann mache ich auch nicht macht es das wollte ich in die andere kiste ich würde sagen also solange ich zwei hoch dorthin kriege hier mit dem ding schlecht aus weil mich genau an halber stack fehlt das wollte ich machen so hier ich habe ich schon nicht gekriegt mussten da jetzt oder für die kühe geben wäre es mal nett wenn du ein bisschen alter die glasscheiben die lang gerade so ne kommen die hühnerstall auch nehmen nein noch nicht lang lang gerade so sechs scheiben übrig nein was denn ich will hier mal eingangs gut hier müsste sein der linke ja ja so hmm so ich habe mir sogar einen plan gemacht wie das dach macht aber es wird mächtig knapp so 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 gemacht, ne? Was hatte ich? Chidies. Oh, weh. Ich fiss mich mal. Nein. Nein. Nein, Mann. Halt mich hier raus. Cool. Ein Glück hatte ich noch zwei. Ne? Oder? Ja. Jo, danke fürs Fahren. Sechs Stück. Haben wir rausgekriegt. So. Bevor ich was mache, muss ich jetzt mal was essen. Also, ich brauche noch gebrannten Stein. Für das, was ich vorhabe. Warte mal kurz. Oh, ich mach mal kurz. Na komm, Spinni. Wo bist du denn eigentlich? Im Haus? In meinem Zimmer, ja. Ja, dann warte ich. Enderman. Dann gehen wir mal gleich in die Bette. Okay? Ja. Wenn du da schon gerade bist, bei dir im Zimmer. Ne, man kann sie auch übertreiben wie deine. Was denn? Komm. Monster, ne, leck mich doch mal aus. Dann gehe ich oben ins Bett von Mark. Was er sich gebaut hatte. Probeib бегst da geht. Da, 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 da. Ich dachte, mir kotze auch nicht mir machen. Ach. za geht's. Morgen. Morgen. So, also, hast gerade gehört, was ich gesagt habe, ne? Oh, ein Beider. Hey, deine beiden Theorie. Plätze, nee, jetzt zusammenräumen. Was wird, was wird der Briezeug? Diorit. Ach so. Also helfen tut es nicht, dann muss ich es alleine machen. So langsam. Ja, ich will jetzt, ey, wir sind jetzt fast fertig mit dem Turm, ich will ihn jetzt fertig kriegen. Meister. Meister. Ja. 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 Tja, ey, das glaubst du nicht, ne? Tja, schau mal. Einfach so mal aus Jux unten in der Wand gegraben, gleich wieder. Hab ich's'n gefunden. Weil ich brauche nämlich von den Steinen, die ich gerade hatte, ne? Brauche ich nämlich noch welche. Mir sind jetzt doch erstmal egal, was hier für Rohstoffe umbollern. Ich brauche einfach nur Stein. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das, äh... Achso, wer will der Tag, ne? Ja, ist mir jetzt egal. Ich brauche Stein. Mir ist jetzt gerade egal, ob Tag oder Nacht ist. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Leute, hier ist ein Eingang zu einer Höhle. Wo ich gerade angekommen bin, schau mal, da wo du vorhin rausgegraben hattest, dass ich den wegklopst. Siehst du? Ja Leute, ihr seht, es ist wieder mal mächtig, ruhig, weil er macht keine Ahnung was. Die Bäume hast du extra neu gepflanzt. Welche? Die da am Rand, hast du extra neu gemacht, ne? Egal, kannst du ja wegnehmen. Dann wird er neu gepflanzt. Zulon. So. 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 Darf ich warten, bis der Bruchstein fertig ist. Komm, mal gucken, ob du da überhaupt veranstaltet hast. ist gerade am holz sammeln für die böden oder für die decken und böden im ding soll ich habe gefragt dass du die bäume da hingepflanzt hast du gesagt die kann die ruhig wegnehmen ja die frage nur und du davor hast gewächshaus bauen extra für die millionen und kürze habe ich gesagt dass man da drinnen sonst gebe ich mal machen und da das wasser noch mal weiß nicht wird geht ich bin gerade beides zu machen